Und hallo Leute, herzlich willkommen zu meinem allerersten Vlog. Falls irgendwas nicht perfekt ist, schreibt gerne Tipps in die Kommentare. Und jetzt würde ich sagen, viel Spaß mit dem Vlog. So Leute, wir waren gerade bei der Postbank und jetzt fahren wir weiter zu einem See. Da werden wir dann einmal eine Runde fahren, hier mit Stanis auch dabei. Und ja. Wir sind jetzt im Park angekommen, es ist gerade ein bisschen windig. Da gibt es gleich einen wunderschönen See, den werde ich zeigen. Da kann man ihn ein bisschen sehen, ich versuche mal ran zu zoomen. Gleich kommt eine Brücke, da sieht man es viel, viel besser. Wir haben hier rechts ein, ja ich glaube das ist ein Hundepark, aber sicher bin ich mir da eigentlich nicht. Das sind ein paar Holzdings. Ja, Hundepark glaube ich. Da vorne sieht man auch schon ganz klein die Brücke. Okay, wir sollten jetzt Anlauf nehmen, ne? Oh Gott. Mit einer Hand ist es eigentlich nicht so einfach. Ja, ja, okay. So Leute, da wir jetzt cool sind, werden wir jetzt hier runter fahren. Seid ihr fertig? Ab geht's. Oh Gott, mit einer Hand. Oh mein Gott, ich bin ganz cool, ne? Wir werden jetzt hier weitermachen, es gibt eigentlich nicht mehr viel zu sehen, aber wir werden jetzt hier einfach weiterfahren. Und dann einfach weiter die Timelapse machen. Und falls dann was spannend ist, zeigen wir es euch dann. Oh, guck mal wer da ist auf dem Ast. Kann man es sehen, von wer da ist. Und noch ein bisschen. Oh, die ist ins Wasser gesprungen. Alter. Krasser Boy. Okay, weiter geht's. Los. Steini, was glaubst du, was ist das hier unten? Was glaubst du? Hallo? Wasserfall? Ja, so ein Mini. Ganz knapper Wasserfall, ja. So ein ganz kleines Wasserfall. Genau, ich glaube, es funktioniert nicht. Ja, ich denke, es funktioniert nicht. Oh, doch, es funktioniert. Jetzt kriegen wir nach Kreuz, aber also... Ja, bis Wasser. Bis Wasser, genau. Super Wasser, weiter geht's. So Leute, ich habe hier einen geheimen Durchgang gefunden. Wir gehen jetzt hier mit meinem ganz coolen Fahrrad durch. Oh Gott. Hier geht's zum Wasser, das wollte ich nochmal sehen. Ich finde es eigentlich ganz cool hier. Ein bisschen weiter. Boah, hier, da komme ich angeln. Ich bin zwar kein Angler, aber falls ihr ein Angelvideo von mir sehen wollt, was ich nicht kann, ich kann ja mit Steini hier angeln gehen. Ja. Werden wir vielleicht mal machen. So Leute, wir werden jetzt mal ein bisschen Stani füttern hier. Wir nehmen mal so ein Dings hier. Komm her, komm mal her, Steini. Wir werden jetzt Steini füttern. Nimm mal Steini. Is das mal. Nimm. Is das mal. Lieber nicht. Doch, doch, ich schwöre, das ist nicht giftig. Lieber nicht. Is das. Nein. Ist jetzt. Was ist damit. Guck mal, wie das aussieht. Ist das. Lieber nicht. Soll ich auch eins essen? Soll ich? Okay, komm mit. Werde jetzt auch eins essen. Finde mir eins. Hier haben wir eins. Guck, ich werde jetzt essen. Ich will mich leider nicht zeigen, aber Steini können wir ja zeigen. Guck mal, seine Reaction. Guck mal, ich esse es jetzt. Guck mal, jetzt wird das auch essen. Ich habe es auch geessen jetzt. Schluck. Runtergeschluckt. Du es, los. Is es. Hast du es jetzt auf dem... Ne, er hat es nicht auf den Boden fallen. Schnell. Is es. Lecker. Ist lecker? Ganz lecker, ne? Okay, wir machen weiter, Leute. Ab geht's. So, da haben wir den Stand hier noch einen. Pass auf, weil ich glaube, Käfer sind drin, ne? Und dann isst du die. Deswegen ist das auch so salzig. Schnell, warum mich? Mach du selber drauf. Nein, du musst. Nein! Du bist Testobjekt. Is jetzt. Was für Testobjekt? Was hältst du mich dafür, Mann? Is jetzt. Nein. Essen. Nein. Guck dir mal das an. Und gucken, wo das vorher kommt. Ich wollte nicht fressieren. Guck mal, was das schöne aussieht, ne? Aber die hier ist besser, oder? Is das da jetzt? Ist das? Ist das? Nein! Ist es. Mach. Okay, erstes Pussy. Erste Pussy, wir fahren jetzt weiter. Ja, Christian, mach du, wenn du nicht ne Pussy bist. Liked, wenn ihr denkt, dass Stani ne Pussy hält. Ne, 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 ne. Weiter geht's, Leute. Nein, ne. So, Leute, Stani hat mich jetzt überredet. Ich werde es jetzt essen. Ah. Oh, das ist hart. Stani, ah. Wir fahren jetzt weiter, Leute. Also, wir haben jetzt geile gefunden, aber da komme ich nicht ran. Das ist gerade ja reingesucht, deswegen sieht das für euch so nah aus. Aber da komme ich nicht ran. Alter. Niko, ich versuch's jetzt. Ne, das ist viel zu weit. Das sieht auf der Kamera voll nah aus. Oh mein Gott, wie komme ich da ran. Stani, komm her. Ja, ich hab's doch. Warte, das ist eh. Ach, ich hab's. Boah, das sieht echt geil aus. Jetzt würde ich sogar fast selber wieder essen. Aber ne, ich gebe das Stani, aber film werde ich. Nein. Ich hab Brennnessel berührt. Ah, sch***. Okay, Leute, wir fahren jetzt wirklich weiter. Wir werden jetzt, ähm, das Video beenden. Vielen Dank fürs Zusehen. Das war mein erster Vlog. Stani sagt, Daumen nach oben. Das sollt ihr auch machen. Das war mein allererster Vlog. Ich hab den, ich hab den jetzt gemacht, damit, ähm, also als Testvideo für die Gamescom, weil da will ich ja auch einen Vlog machen. Deswegen dachte ich mir, ich mach jetzt einfach mal einen Vlog hier. Und ja. Vielen Dank fürs Zusehen. Lasst ein Like und ein Abo da. Und wir sagen jetzt im Tunnel, wir beide, Stani, tschüss. Okay, ganz laut. Fertig? Tschüss.